Musik Ich bin Julia Reder. Ich bin Spitzenkandidatin der Piratenpartei Deutschland für die Europawahl. Ich habe die Digital Rights Charter von WePromiseEU unterschrieben, weil da all die Themen drin sind, und die ich sowieso im Europaparlament erreichen will. Am wichtigsten davon ist mir die europäische Urheberrechtsreform. Ich will nicht, dass YouTube-Videos in meinem Land nicht verfügbar sind oder dass ich Kultur mit anderen Leuten in anderen europäischen Ländern nicht frei austauschen kann. Ich will ein Recht auf Remix und ich will legales File-Sharing in der ganzen EU. Geht zur Europawahl, weil da die Zukunft der digitalen Revolution entschieden wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017